Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade etwas angestellt, das habe ich aber leider nicht gefilmt. Also, das war ja auch noch früher am Morgen. Ich habe ein Bild hier mit Leo gepostet bei Insta und vorher habe ich hier was gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was mein Schnucki dazu sagt. Ich gehe nicht rein. Guten Morgen. Komm, komm. Also, mein Schnucki hat gerade Esch in die Schule gebracht und in der Zeit habe ich hier etwas ganz fürchterliches getan. Das wird wieder rückgängig zu machen. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Was hast du denn gemacht? Das kann man nicht ändern. Also, willst du es suchen oder soll ich dir das gleich zeigen, wo es ist? Ja, sag also. Also, du kannst es auch suchen. Du wirst es ja irgendwann finden. Komm, such es. Was soll ich denn suchen? Ich kann ja mit heiß und kalt sagen. Also, hier ist schon mal eiskalt. Okay, jetzt wird es wärmer. Wärmer, noch wärmer. Noch wärmer. Gleich verbrennst du dich schon fast. Also, es ist heiß. Es ist super heiß. Du kannst es nicht sehen. Dann scheint es nicht so schlimm zu sein. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber... Was könnte es sein, was ich... Hä? Den Klotz... In dem Klotz ist was drinne. Da habe ich was reingetan, was davon übrig geblieben ist, von dem, was ich angestellt habe. Oh, die Gardinen abgeschnitten. Die Gardinen. Ja, ist doch gut. Was? Nein, die sieht gut aus. Besser. Hey, ich habe dir das schon hundertmal gesagt. Lass uns die abschneiden. Und du immer so nähen. Nein, ich habe gedacht, abschneiden und dann irgendwie muss man das schon umnähen. Also, man kann das... Aber es ist auch gerade geschnitten. Also, ich habe ja mal beim Schneider geguckt. Da kommt demnächst auch noch was auf euch zu. Oder auf uns. Ich habe mir nämlich was bestellt. Das wird der Mega-Burner werden. Das wird total cool. So, und das hier habe ich da bei dem abgeguckt, wie man gerade eine Gardine abschneidet. Beziehungsweise, also er hat nicht gezeigt, wie man eine Gardine abschneidet, sondern er hat was anderes abgeschnitten. Das kann ich aber nicht sagen hier jetzt. Sonst verrate ich die ganze Überraschung, die irgendwann in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Aber ich habe halt erstmal angezeichnet. Aber es ist besser. Und dann mit der Schere vorsichtig, der Anzeichnung folgend, alles abgeschnitten. Alles andere. Du findest das jetzt besser, was ich gemacht habe? Ja, weil es... Aber ich habe es dir doch schon mal gesagt. Lass uns das abschneiden. Lass uns das abschneiden. Ja, ist gut. Okay. Herr Schnucke, guck mal hier, was ist das denn? Hat da eine Fliege hängen gemacht? Ja. Das Fliegen schlossen. Das frisch geschnittene Teil jetzt in die Wäsche und ich glaube, dann schrubbelt das hier alles auf. Frisch geschnittener Teil, meinst du? Was habe ich gesagt? Frisch gewaschen. Das frisch geschnittene Teil in die Wäsche. Aber wenn man das jetzt wäscht, dann rubbelt das hier auf. Das muss vorher umgenäht werden. Wir können da ein Pflaster draufkleben. Wir können das auch umkrempeln. So. Hast du Glück gemacht? Ich dachte schon, ich kriege hier den Schreck in der Morgenstunde. Aber der Schreck war gar nichts.